so ein kleines video und über tiefer messer also quasi Echolot heute bin ich zum testen tiefer messer und andere Futterbote also gut sind super der zeigt die Pflanze jetzt gerade den einen Stab sind das sind Pflanze also gibt es auch Echolot mit der Autodot von mir so jetzt steigt er jetzt wurde ich da fahrt jetzt wieder raus und wie ihr seht also die Tiefe steigt fahrt jetzt geradeaus mal sehen was der macht jetzt mache ich einen anderen testen Boot so es ist schon vier Meter die Platze unterbrochen so jetzt funktioniert es weiter ja also der tiefer messer funktioniert auf jeden fall gut beide Boote raus draußen der eine fährt bloß hin und her mit der Autopilot und der andere fährt mit der Tiefe messer mit der Echolot vier Meter also das zeigt er richtig an also da ist das Boot und zeigt uns die Tiefe ok also ich wollte ja bloß zeigen dass das funktioniert der Halot bis zum nächsten mal ciao ciao